Das ging voll klar. Wir hatten neulich mal so ein, da haben wir hier Gartenkommando gespielt. Einen verzauberten Garten, der gibt ja sowieso mehr Geld. Und dann noch auf irgendeinem schweren Modus oder so. Ich glaube, wir haben fast 40.000 gekriegt. Wow, okay. So gut. I'm rich. Bist du auch bei den Zombies? Ich bin im Ladebildschirm. Okay. Ich warte. Ja, ich glaube, du bist auch bei den Zombies. Ich seh dich in meinem Team. Ich weiß es nicht, bei PVZ sind meine Ladebildschirme echt immer alle schon, ach ja, ich bin da. Das Wuschel ist auch schon Level 66. Das ist Hammer. Oh, noch drei Level, dann darf ich keinen Level Up mehr machen. Aber was spiel ich denn? Betest du etwa den Teufel an, Wuschel? Oder magst du einfach nur die 69 so sehr gerne? Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Gut. Ich glaube, ich spiel meinen Elektriker. Der ist nervig. Ähm, ist das der Mechaniker? Der Typ? Ähm, ja, vom, vom, vom Ingenieur ist das ne, ne Form. Das ist halt das Schöne, das musst du einfach nur auf die Bogen schießen, weil der macht halt so Elektro-Fizzle-Zeugs. Fizzle-Fizzle. Und, Fizzle-Fizzle. Irgendwie glitsch ich gerade überall fest. Jetzt müssen, jetzt müssen wir ja verteidigen. Ja, und weißt du, was mich, was mich gerade total, äh, geschockt hat, das war, dass da so ein ganz normaler, äh, Zombie-Typ rumgerannt ist. Beziehungsweise, äh, Pflanzentyp. Die haben ja jetzt auch, ja, NPCs mit dabei. Ich schieße die ganze Zeit auf eine NPC, während mich die anderen umhauen. Der ist natürlich auch sehr schlau von mir. GG. Wobei die Pflanzen, das haben wir neulich festgestellt, da waren wir, ähm, auf der Map Frostbechel, da hat irgendwer so ein Bot gestellt. Ich glaube, wir waren auch Zombies. Der hat alles im Alleingang gemacht. Da musstest du eigentlich nur ein bisschen aufpassen, dass dem nichts passiert. Und dann war gut. Okay. Ja. Das ist das natürlich dann, äh, sehr entspannt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das ist Doom-Bot oder so? Ich meine, der Name, der Name ist da programm, ne? Der ist super, der Name. Der Doom-Bot. Ich werde abgeschossen. Warum? Oh Gott, da ist ein Drei. Ja, komm, komm. Oh Gott. Hey, ich hab ihn, ich hab mal Schaden. Aber du auch, scheiße. Hm. Von Cyber-Spawn. Jetzt respawn. Ich bin bereit wieder für so 0,5 Sekunden geschafft. Oh nein! Was der Schrimp, was der Zombie bei uns im Spawn tut. Aber dann ist mir eingefallen, wir sind ja die Zombies. Ja, das ist echt schlimm. Aber, äh, ich kann dir sagen, der gegnerische Schnapper, der ist recht nett. Also, der wollte mich jetzt schon zum zweiten Mal austricksen. Ich bin gerade in dem Moment auf die Bombe gestiegen, durch Zufall. Oh Gott, ich bin Ziegenbock. Ach, nö. Nö. Hä, wo bin ich? Ich bin verbiert. Mano. Die Rosi hat mich voll ausgetrickst. Meister Julia. Die Rosi ist super. Das fand ich nett. Ja, geht so. Also, in, äh... Hä? Wodurch sterbe ich eigentlich immer? Ich weiß nie, wodurch ich sterbe. Irgendwie dann auf einmal liege ich tot in der Gegend rum. Na, so geht's mir auch. So, ich reite jetzt erstmal meinen Presslufthamm in eine Richtung, Punkt. So, ich versuch's jetzt mal mit dem... Oh Gott, da ist grad viel zu viel Scheiße in unserem, äh... Unsern Punkt. Das geht so nicht. Ich versuch's grad mit dem Vogel. Warum bin ich langsam? Wo ist hier was? Oh Gott, hier ist irgendwo so eine Scheißhose. Sehr schön. Schnapper! Schnapper! Warum? Das ist bestimmt der Schnapper, der mich auch schon 20 Mal gekillt hat, der sie will. Blutzombie. Ja, genau. Das ist genau der. Schön. Siehste, wir haben etwas gemeinsam, wir wurden beide vom Blutzombie getötet. Das klingt voll abartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt hier... Oh, das ist ja fancy mit den Bomben. Ihr seid aber alle zombies. Wo ist denn immer diese Rose, die immer Sachen macht und dann seh ich nicht, dass sie Sachen macht und dann bin ich tot. Ja, das kenn ich aber auch. Du musst sterben, du dumme, dumme. Da, ich seh sie auch. Ich helf dir von oben. Ich helf dir. Aber da, 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 da kommt noch eine. Okay, dann bin ich jetzt mal wieder, ich wechsle mal meinen Charakter. Das schön ist, beim Soldaten geht das schnell, weil da hab ich nur den einen. Und dann mach ich Aua aus der Ferne. So. Du hast ja einen Oktopus auf dem Rücken. Das ist ja voll süß. Das ist, das ist voll der coole Zombie, Zombie, weißt du? Da ist ein Mais. Ja, direkt hier vor unserer Nase. Ich sag ja, wenn die so aussehen, du siehst nicht, dass es ein verkackter Mais ist. Ey, warum bin ich so langsam? Zitronenstier. Oh Gott, was wirft der denn da? Die trifft nicht, aber egal, ich bin tot, aber egal. Wo ist sie denn? Mann, ich wollte dich gerade drücken. Was ist das denn für eine fancy Zitronen, die es klingt und hat einen Partylaser? Ich hab, was ich bisher am coolsten fand, das war auch eine Zitrone mit diesen drei Kätzchen oben auf dem Kopf. Die war mega cool. Kann ich hier rausschießen, aber die nicht hier rein? Äh, ich glaub, wir haben den Punkt verloren. Ich weiß gar nicht, wo... Ja. Wir müssen woanders hin. Boah, ich bin jetzt irgendwie ganz woanders auf einmal. Ach, wir müssen verteidigen. Ich schmeiß denen jetzt erstmal eine Giftbombe entgegen. So, warte mal. Ne, Vogel kann ich doch nicht losschicken, verdammte Axt. Du musst mich beeilen. Die kommen aber jetzt alle, ne? Weil dann kann ich nämlich mal schön... Böhöhöhöhö. Ich hab meine Raketen da einfach mal reingefeuert, weil die gerade alle so schön den Gang da lang liefen. Ich seh' dich, wie du da auf deiner Rakete rotest. Ich find das immer wieder herrlich mit der Rakete. Das geht immer... immer ab. Puh, ich wollt wegspringen. Na, egal. So, ich schick mal nochmal mein Vögelchen los. Das muss ich jetzt rausreißen. Das Vögelchen muss jetzt für uns die Runde gewinnen. Sonst ist es entlassen von seinem Dienst. Mann, und jetzt sind natürlich keine Gegner da. Jetzt, wo ich hier so cool sein will. Ich kann ja mit diesen Drohnen und was das alles ist überhaupt nicht. Also, ich eigentlich auch nicht. Also, vor allem das Problem ist halt einfach, du musst halt so ein Stück weit abschätzen, wann du das machen kannst, weil du ja dann ungeschützt bist in dem Moment. Und deswegen werde ich dann meist immer getötet, während ich die Dinge einsetze. Aber da wir jetzt immer so in dem Spawn herumhängen, ist das ganz angenehm. Jawohl! Oh Gott, ist hier gerade ein Ink. Regenerations-Verzögerungs-Upgrade habe ich bekommen. Das ist nett, weil ich Level 5 erreicht habe. Ja, Level 5 gibt immer so ein fancy Upgrade. Das finde ich gut. Aber geht ja nur immer bis Level 10, ne? Und dann muss man nochmal hoch, also nochmal dann die nächste Stufe. Also einmal Level 10, dann macht man nochmal Level 10 und dann nochmal oder so. So war das ja, oder? Kein Tuch. Das war aber nicht ich. Auch wenn ich in dem Moment aus Versehen auf dich geschossen habe. So eine Sombrero-Bohnen-Bombe, ja. Okay. Aber ich werde wieder belebt. Das ist nice. Ich sehe nichts. Die habe ich aber auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe meistens hier nicht durch, wenn das so krass abgeht. Ich versuche immer aus dem Hintergrund so ein bisschen zu snipern. Das macht mir mit am meisten Spaß. Deswegen glaube ich, könnte mir die Kaktee auch wirklich echt gut gefallen. Die Kaktee ist ziemlich cool, also ich spiele die auch echt gerne. Ih. Hä? Wieso? Wieso? Wo ist meine Bombe? Alter. Ich dachte gerade, ich sitze auf der Bombe, dabei saß ich da gar nicht drauf. Das ist natürlich dann immer sehr nice in solchen Situationen. Oh, hier steht so ein Lebensspender. Das trifft nicht, aber okay. Aber das könnte... Nein, das trifft auch absolut gar nicht. Na gut. Wuhu! Wo sind die Gegner? Wuhu! Einmal ein bisschen die Fertigkeiten gewastet, aber gut. War schon wieder so eine Scheißbombe. Kam da gerade irgendwo... Nee, okay. Du musst nur auf diesen coolen Schnapper aufpassen, der ist echt ein bisschen nervig. Oh, sterbt doch alle. Sterbt doch alle. Da ist irgendwas. Fusche! Oh, neben uns! Oh Gott! Auf, doch einmal kurz rumschreien. Ja, ich leider auch. Cyberzitron. Der hat mich schon dreimal umgebracht. Ja, mich auch. So, warte jetzt. Jetzt hole ich ihn mir aus von oben. Von oben ist immer gut. Von oben wird man nicht loben. Ja, aber verdammte Axt. Äh. Da oben ist ein Kackmais. Warum nehmt ihr überhaupt keinen Schaden? Das ist zu verätzen. Waaah. Jetzt verballer ich schon wieder meine ganze Scheiße hier umsonst. Ich treffe mich mit dem Vogel! Doch, die Rosie treffe ich. Na toll, jetzt hat man mir meinen Vogel gekauft. Ich seh deinen Vogel. Ja, aber jetzt, glaube ich, tot. Alter, diese Mais-Sisters da fressen voll wenig Schaden. Das ist ja super ätzend. Jo, aber ich find, die Zitronen-Orangen-Dinger sind immer noch schlimmer. Ich find, die sind echt nerflich mit dem Schild. Die haben nur grad ihren Schild und dann, da kommt ein Schnapper. Das kannst du vergessen. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Ich so, okay, ist die noch neben mir? Dann seh ich so, oh, du schützt. Nein, dann ist er ja auch bei mir. Oh, nein. Oh, Gott. Das war kein gutes Erlebnis, obwohl wir haben, das hast du sehr schön gemacht, du hast mich immerhin beschützt von diesem hässlichen Vieh. Das war bestimmt wieder der Blutwarz. Wo bin ich so langsam? Wo ist die Rose? Oh Mann. Muss ich warten, bis ich entziegentet werde? Ist das ein Verb? Ich glaube, man kann das durchgehen lassen. Ach, bestimmt. Entziegt ist bestimmt gut. Kann ich dich eigentlich da auch rausholen, oder musst du dich? Es ist einfach timebasiert. Ich hab keine Ahnung. Ich war noch nicht so oft eine Ziege, deswegen, da ist eine Erbse. Ich hab grad einen Schnapper gesehen, aber er rennt natürlich vor mir weg. Die Erbs ist tot. Das Problem ist, ich schieße mal auf alles irgendwie mit drauf, aber kriege ich keine Kills. Ich meine, dann kriege ich halt wenigstens die Assists, aber... Oh, ich glaub, wir haben gewonnen. Oh, haben wir gewonnen? Ich glaub, wir haben gewonnen. Juhu, wir können sagen. Oh, aber deutlich. Na, aber hallo. Wir sind da, da, gedingst. Nice. Jetzt kriegen wir weniger Geld als in der Runde vorher. Ja, wahrscheinlich war das der Verlierer-Bonus und von wegen, hey, ihr habt verloren, hey, ihr seid schlecht, aber... Wieso springen die denn da alle runter jetzt? Ja, merkwürdig. Naja. Kein Bock mehr, keine Ahnung. Aber hey, wir waren gut dabei. Ich war nicht letzter. Ich war nicht letzter. Ja. Das ist immer wichtig. Äh, Stickerladen, jetzt aber, welches hat das Beste? Den 15.000er, der hat so beste Mischung. Extra-Geläres, Genau. Beste Mischung aus so seltenen Karten und so Karten für, für deinen, für deinen Soldaten oder so. Ich hab einen Zoom in Pink bekommen. Und jetzt? Hä? Was? Oh Gott. Bei mir stand gerade Möchtensie. Ich hab ne Regenbogenglitzerbrille für die Sonnenblume. Echt jetzt? Ja. Oh Mann, die ist so schön. Die ist voll fancy. Oh. Jetzt müssten wir wieder pflanzen sein, ne? Ja. Dann kannst du jetzt Pac-T spielen. Ja, das wär cool. Ich hatte gerade so. Dann spiel ich auch mal irgendwas anderes. Keine Ahnung. Spiel du, warte mal. Spiel doch, spiel doch die fancy Sonnenblume. Okay. Dann kannst du mich heilen, ich schieße sie ab. Ich bin so ein unglaublich schlechter Heiler, alle müssen. Du bist heiler, heiler. Ich will Abschüsse machen. Ich, ich bin früher, also eigentlich in jedem Spiel so, wo es Heiler gibt, bin ich eigentlich immer heiler. Aber in Plants vs. Zombies ist es einfach viel lustiger, wirklich Erbsenkanone und abzuschießen und alles. Ich finde das auch viel besser hier. Das Heilen so sinnlos irgendwie. Seitdem ich damals mein erstes MMO gespielt habe, Guild Wars 1 war ich immer der Fernkämpfer, der Schaden macht. Und ich war immer die Heilerin. Voll gut. Fehlt nur noch so ein Krieger, der vorne den Damage macht und wir sind perfekt ausgestattet. Jawohl. Komm, wir sagen einfach Honey, dass die das machen soll. Die macht dann schon. Das macht die schon. Die kann ja auch immer alles spielen. Okay, ich soll Sonnenblume spielen. Genau. Dann nehme ich aber die, weil die macht vielleicht sogar noch ein bisschen Schaden. Ich habe eine hübsche Fliege für den Kopf. Oh Gott, ist das süß. Oh, eine Elektro-Explosion. Aber nein, ich nehme mal die Tant-Kaktär, die jetzt gerade im Angebot ist. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, die ist sehr komisch. Okay. Ich sehe total fancy aus. Das muss ich halt einfach mal sagen. Warte. Oh mein Gott. Ich finde es schon wie nett. Oh, ich kann die Regenerationsverzögerung sogar auch skillen. Nice. Ich habe schon so viel Sonnenblume gespielt, dass ich irgendwas skillen kann. Das ist natürlich dann richtig nice. Warte, 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 warte. Guck mal, ich bin so gut süß. Oh, mit der Schleife ist das voll mega süß. Was machen Taraphine und Wuschel? Die gucken sich erst mal gegenseitig an und finden sich voll süß. Wir machen das immer, dass wir uns vor den Runden erst mal gegenseitig begutachten. Ist hier so Weihnachtsmusik gerade? Ja, 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 ja. Alter, ist das geil. Was ich gerade ein bisschen irritierend finde, ist die Tatsache, dass es so mega, mega, ja, wie soll ich das ausdrücken? Langsam ist, wenn man irgendwie in dem Zoom ist. Wir leben eben mit dem Ding, da ist ein Wicht in unserem Garten. Wo, 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 wo? Ja, im Garten. Ich, wo, wir haben ihn abgeschossen. Sehr gut. Ich versuche jetzt tatsächlich mal, oh Gott, da ist der geheilt werden. Warte, warte. Heil doch, die Person. Nein, sie ist tot, ich muss sie beleben. Ich bin so ein, ich bin so ein Penner, weil immer, wenn ich auf die Gegner schieße, kriege ich immer den Kill, obwohl die anderen voll viel Schaden machen und ich einfach nur daneben stehe und das war's. Ich pflanze jetzt, äh, Scheiße, keine Ahnung. Du stirbst gar nicht, stirb. Nee, warum heile ich jetzt wen anders? Oh Mann, oh Mann. Ich bin auch gleich tot. Hier, nein, du bist. Oh Gott. Vorsicht, 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 da kommt so ein Mech angerannt. Ich bin ein Pirat. Und, ja. Ah nee, das ist ein... Hier, nimm Heilung. So. So, warte. Oh, das ist so, das ist so mega nervig. Da muss ich aber... Ist das normal? Nee, ist nicht normal, ne? Doch, das war, glaube ich, also nicht bei der Kaktee, aber bei der Klasse da. Okay. Alles klar, dann muss ich einfach mal die Kaktee wechseln. Irgendwas schießt uns ab. Ich muss mich mal grad so ein bisschen hier aus... Ja. Hier, nimm Heilung. Ach nee, das bist nicht du. Och Mann, oh. Warte mal, ich... Da bist du. Du bist tot. Warte, ich hol dich, ich hol dich. Ich bin ja voll schnell im Wiederbeleben und so. Jawohl. Und weiter geht's. Ich sah einfach die letzten die Kills ab. Mach ich hier nicht in diesem Spiel. Warte, ganz hinten ist irgendwer richtig am Snipern. Kannst du den mal holen? Ja. Also wenn du hier so in der Mitte stehst, dann schießt immer von ganz dahinten wer auf dich. Ich glaube, ich sehe ihn sogar, weil erst mal dieser typische Mech da hinten nervt. Aber warte mal, dann nutze ich das jetzt gleich und wechsel schnell den Spielcharakter, dann nehme ich einfach mal die normale Kaktee. Hallo? Es steht immer Wichtkata und ich lese immer Wichtkacker. Der Wichtkackera. Der ist voll beschissen. Ich liebe richtig hohle Witze. Die sind einfach immer wieder super. Ja. So, warte mal. Das ist der da. Ha, ich hab ihn. Sehr schön. Ich mach keinen Schaden. Ich bin tot. Kacke. Aber das ist echt viel, viel angenehmer jetzt hier mit dem normalen Kaktus. Sag ich ja, diese Tarnkaktee, die ist irgendwie seltsam. Also wenn man die spielen kann, ist die bestimmt awesome. Aber ich kann sie nicht spielen. Aha, zweiter Abschuss hier. Jawohl. Was kann die denn eigentlich spezielles, die Tarnkaktee? Die zoomt, glaube ich, mehr und macht mehr Schaden, wenn du einen kritischen Treffer machst. Ah, okay. Ich glaube, wie ich das verstanden hab. Ich glaube, wir sind noch recht gut mit dabei. Ja. Also so vom Verteidigen her. Äh, ist möglich, ja. Oh doch, ich bin zufrieden mit der Kaktee. Irgendwie mag ich das Snipern hier in dem Spiel. Das macht irgendwie Spaß. Ja, das macht auch super Spaß. Wie gesagt, nur die eine Kaktee ist halt irgendwie komisch gewesen da. Sehr schön. So, da hinten kommt jetzt erstmal niemand. Da ist der Gnome und ich, äh, sah da einfach schon wieder Kills ab. Ich bin so, ich bin... Ich habe eben tatsächlich auch mal was abgeschossen. Also es hat zumindest kurz Pling gemacht. Pling. Naja, bei dir ist ja eigentlich nur wichtig, dass du, dass du mitheilst. Ja, das stimmt wohl, aber ich heile gegen, ich heile gegen, die können dir nichts. Ich heile gegen, aber ich sterbe gerade selber, aber egal. Warte, wo? Ah. Also fast. Sonst notfalls kann ich ja, wollte gerade sagen, notfalls ein Sonnenblümchen hinstellen. Oh, dieser Kackvogel da oben. Ich heile dich die ganze Zeit da drin. Ich versuche den gerade, ich versuche den gerade abzuschießen, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Ah, Vorsicht, von der Seite, von der Seite. Da ist alles tot. Vorsicht, Meck, Meck, Meck. Oh ja, ich auch. Das war ein fetter Meck. Ich glaube, das war es dann auch mit unserem Garten. Oh, das könnte, das könnte spontan so sagen. Beziehungsweise, warte mal, kann ich nicht von hier? Obwohl, nein. Kann ich von hier und dann so richtig arschig? Ist da noch wer drin? Nee, ne? Schade. Ich habe hier gerade meinen Sonneneruptionsstrahl Dings ausgepackt. Der ist auch hartmächtig eigentlich vom Blüten. Der ist hartmächtig. Ja. Hart und mächtig. Okay, that's what she said. Das ist eigentlich so ein schönes Twitter-Zitat. Ja. TyraVie 2016. Er ist hart und mächtig. Oh Mann, bevor ich jetzt hier noch mehr kämpfe, löse ich das mal auf. Wie treffe ich da nichts? Wo ist denn da was zum Treffen? Was der Hölle? Du bist ja süß als kleines Blümchen. Ich bin voll putzig mit der Schnütteln. Ich will die ganze Zeit knütteln. Scheiß auf die Gegner. Da ist ein Zombie an der Blume. Ich habe was abgeschossen, aber ich glaube, das zählt nicht als Abschluss. Einfach immer draufhalten. Immer drauf. Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich jetzt irgendwas auf den Kopf bekomme. Immer wenn der blöde Mais anfängt hier mit seiner Massenvernichtungswaffe. Mhm. Vor allem treffe ich mit denen nichts. Und dann war irgendwann mal Daily, schießt 20 Leute damit ab und ich, nee. Das kenne ich, aber ich bin auch zu blöd damit rumzurollen. Also wenn der so komisch aufspringt, dann rollt er ja einmal so zur Seite oder so. Dafür bin ich auch zu doof. Das kann ich dir komischerweise total gut. Ich, 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 ich. Ja, alles gut? Nein, Dinjo hat mich getötet. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Und das hart. Wirklich heftigst. Wir haben ziemlich hart heftigst gewonnen. Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben das. Jawohl. Ja. Ich glaube, die haben nicht mal den ersten Punkt erobert bekommen. Nice. Das ist total cool. Pflanzen dominieren. Das ist gut. Muschel und ich, wir dominieren gern. Yay. Warte mal. Er ist... Oh, guck mal, du bist Heilmeister. Yay. Und was anderes. Was macht das herzlich? Ich glaube, Wiederbelebung und Heilung, glaube ich, ist das bei dir. Nice. Er ist hart und mächtig. Hi. Jetzt twittert sie das. 2016. Jetzt schmeiße ich mein Handy noch weg dabei. Gut. Ich habe von der Sonnenblume irgendwas bekommen, aber ich weiß nicht, was es ist. Oh, ich muss mir noch Sachen kaufen, aber es ist bestimmt schon wieder zu spät. Mann. Ja, der Sticker-Line ist leider schon wieder geschlossen. Wieso bekomme ich eigentlich für alles, was ich nicht spiele, irgendwelche Sachen, aber für die Charaktere, die ich spiele, bekomme ich gar nichts.